Rote Rosenvorschau für Folge 3310 Hannes wird als Kameramann für das Einladungsvideo zum Feuerwehrfest in die Pflicht genommen. Leider ist seine Aufnahme komplett unbrauchbar. Hannes reagiert ungewohnt gereizt. Sarah glaubt, dass er eine altersbedingte Sehschwäche hat und versucht, mit ihm zu reden. Bis er ihr gesteht, dass er glaubt zu erblinden. Britta und Hendrik genießen ihr Glück im Rosenjaus. Einziger Wermutstropfen, Hendrik nimmt kein Blatt vor den Mund und tappt damit wiederholt in den Fäden ab. Rego will sich nicht von Amelie erpressen lassen und übernimmt das Tagesgeschäft. Doch seine Optimierungsvorschläge gehen nach hinten los. Mona erfährt, dass Dene ihre exklusive Möbelserie nicht übernehmen will. Laut Vertrag darf sie sie auch nicht allein vertreiben. Mona will Paul daraufhin vormachen, dass Tatjana dabei gern weiter mit ihr arbeiten würde. Paul durchschaut das sofort und macht Mona klar, dass er ihr auch so helfen wird. Tatjana platzt der Krag. Lilly will plötzlich nicht, dass ihr Zimmer renoviert wird. Die rosa Wände verbinden sie noch mit dem toten Opa Willi. Untertitelung des Zetzerscha MARY